Polizeiberichte Berlin 27. September 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Fußgänger schwer verletzt Nummer 1887 In Tempelhof wurde gestern Nachmittag ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen befuhr der 79-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrzeug die Arnulfstraße von der Mannteufelstraße kommend in Richtung Wittekinstrasse und erfasste den jungen Mann, der von rechts auf die Fahrbahn trat. Infolge des Aufpralls schlug der Kopf des 22-Jährigen gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer am Kopf verletzten Fußgänger in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Der 79-Jährige und seine 82 Jahre alte Ehefrau wurden nicht verletzt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Arnulfstraße bis 15.20 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 4, Süd, übernommen. Bericht, elfjähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt Nummer 1888 Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte der Polizei Berlin zu einem Verkehrsunfall nach Althohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Informationen soll ein elfjähriger Junge bei für ihn rot zeigender Ampel auf die Fahrbahn der Hansastraße in Richtung der Straßenbahnhaltestelle auf der Mittelinsel gelaufen sein. Ein 57-jähriger Autofahrer, gerade im Begriff links in die Darsastraße abzubiegen, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Der Junge erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 3, Ost. Bericht, Leistungsbetrug bei Dachreinigung Wer kennt diese Personen? Nummer 1890 Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei Berlin nach mehreren Männern, die am 27. April 2022 einen Leistungsbetrug im Ortsteil Konradshöhe begangen haben sollen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erhielten die Tatverdächtigen für eine Dachreinigung an einem Einfamilienhaus eine Summe von 400 Euro im Voraus für den Ankauf von Materialien, kehrten jedoch nicht für die Durchführung der Arbeiten zurück. Die Kriminalpolizei fragt Wer kennt die abgebildeten Personen bzw. kann Angaben zu deren Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Betrugsdezernat des Landeskriminalamts unter der Telefonnummer 030-4664-24206 oder per E-Mail an lka242-at-polizei.berlin.de entgegen.